Ich hoffe, ich kriege die Story noch zusammen. Hallöchen! Ja. Wenn ihr euch ein Drachenblut seid, gebt uns einen Vorgeschmack eurer Stimme. Okay. Schreit uns an und gebt uns eine Kosten vor eurer Stimme. Schreit uns an! Okay. Nichts leichter als das. Ja, danke, danke. Ich spreche für die Graubertel. Sagt mir also, Drachenblut, was führt euch hierher? Och, ich war gerade so in der Gegend. Ich meine, war ja nicht zu verfehlen hier oben. Ähm... Wer seid ihr? Wir sind die Graubärte. Wir folgen dem Weg der Stimme. Ihr steht in Hochrodka am Hang des Heiligen Berges von Künaret. Hier kommunizieren wir mit der Stimme des Himmels und versuchen ein Gleichgewicht zwischen unserem inneren und äußeren Ich herzustellen. Klingt sehr spannend. Ich möchte herausfinden, was es bedeutet, ein Drachenblut zu sein. Wir sind hier, um euch bei diesem Anliegen zu helfen, so wie die Graubärte jedem Drachenblut geholfen haben, das vor euch kam. Ihr meint, ich bin nicht das einzige Drachenblut? Ihr seid nicht das Erste. Es hat viele gegeben, seit Akatosh die Gabe zum ersten Mal den Sterblichen verlieh. Ob ihr das einzige Drachenblut dieses Zeitalters seid, das entzieht sich unserem Wissen. Ihr seid das Einzige, das sich bisher zu erkennen gegeben hat. Mehr kann ich nicht sagen. Okay. Ich folge euren Rufmeister. Wir sind geehrt, ein Drachenblut in Hochrodka begrüßen zu dürfen. Wir werden unser Möglichstes tun, euch den Einsatz eurer Gabe zu lehren, um damit euer Schicksal zu erfüllen. Was ist mein Schicksal? Das müsst ihr selbst herausfinden. Wir können euch den Weg zeigen, nicht aber euer Ziel. Dieser Spruch erinnert mich übrigens sehr an ein gewisses Filmzitat, das da lautet Ich kann dir nur die Tür zeigen, hindurch gehen musst du alleine. Und? Erratet ihr aus welchem Film das Zitat ist? Sorry für die kurze Unterbrechung, aber das fiel mir beim Schneiden grad so ein. Weiter geht's. Ich bin bereit zu lernen. Ich bin bereit. Ihr habt bereits bewiesen, dass ihr ein Drachenblut seid. Ihr verfügt über die angeborene Gabe. Aber habt ihr auch die Disziplin und das Temperament, eurem Weg zu folgen? Das wird sich erst noch herausstellen. Ihr habt ohne Ausbildung bereits die ersten Schritte hin zum Bündeln eurer Stimme als Tuom, als Schrei unternommen. Jetzt werden wir sehen, ob ihr bereit und fähig seid zu lernen. Wenn ihr einen Schrei nutzt, sprecht ihr in der Sprache der Drachen. Daher gibt euch euer Drachenblut einen angeborenen Vorteil beim Lernen der Worte der Macht. Alle Schrei bestehen aus drei Wörtern der Macht. Mit jedem Wort, das ihr meistert, wird der Schrei stärker. Meister Einart wird euch nun Ro lehren. Das zweite Wort von unerbittliche Macht. Ro bedeutet in der Drachensprache Gleichgewicht. Kombiniert es mit Wus, Kraft, um euren Tuom stärker zu bündeln. Das ist doch auch das, was die da in dem Titel-Lied labern, äh singen. Dieses Fuh. Ho. Da. Oder was ist das? Oder... Keine Ahnung. Yay, Gleichgewicht. Neue Wörter wie ein Mast. Ihr seid wahrlich mit der Gabe gesiegt. Aber das Lernen eines Wortes der Macht ist nur der erste Schritt. Ihr müsst seine Bedeutung durch ständiges Üben entschlüsseln, um es in einem Schrei nutzen zu können. Nun, so lernt der Rest von uns Schreie. Als Drachenblut könnt ihr die Lebenskraft sowie das Wissen eines getöteten Drachen direkt aufnehmen. Ja, haben wir ja schon mal gemacht, ne? Ja, und jetzt? Möge der Wind euch leiten. Äh... Erzählt mir was über die Graubärte. Wir lernen den Weg der Stimme gemäß den Lehren unseres Gründers, Jürgen Windrufer. Nur sehr wenigen ist es erlaubt, hier in Hochrodgar mit uns zu lernen. Aber in eurem Fall, Drachenblut, ist es uns ein Vorrecht, euch zur Beherrschung eurer Stimme führen zu dürfen. Was ist der Weg der Stimme? Die Stimme war ein Geschenk, das die Göttin Künaret den Sterblichen zum Anbeginn der Zeit gemacht hat. Durch sie können sie wie Drachen sprechen. Obwohl dieses Geschenk oft missbraucht wurde, dient die einzige wahrhaftige Verwendung der Stimme, der Verehrung und dem Ruhm der Götter. Ihr könnt nur dann ein wahrer Meister der Stimme werden, wenn der Geist in eurem Inneren mit euren äußeren Handlungen im Einklang ist. Wir versuchen, dieses Gleichgewicht zu erreichen, indem wir den Himmel, Künarets Reich und die Anwendung der Stimme studieren. Hm. Okay, aber ich bin kein Anhänger eurer Philosophie. Warum wollt ihr mir helfen, die Stimme zu erlernen? Das Drachenblut ist eine Ausnahme aller Regeln. Das Drachenblut selbst ist ein Geschenk der Götter. Wie könnten wir ein Geschenk annehmen und das andere ablehnen? Als Drachenblut habt ihr die Fähigkeit des Schreis direkt von Akatosh erhalten. Daher wollen wir euch den richtigen Gebrauch eurer Gabe lehren, die die Grenzen überschreitet, die andere Sterbliche binden. Ach Gott. Ähm. Drachen haben den Schrei schon immer beherrscht. Die Sprache ist wesentlicher Bestandteil ihres Wesens. In der Sprache der Drachen gibt es keinen Unterschied zwischen Wortgefechten und physischen Kämpfen. Schreien ist für Drachen so natürlich wie Atmen oder Sprechen. In mythischen Zeiten, als die Sterblichen in großer Not waren, gewährte uns die Göttin Künaret die Fähigkeit, wie Drachen zu sprechen. Die meisten Sterblichen brauchen jahrelange Ausbildung, um auch nur den einfachsten Schrei erlernen zu können. Aber ihr tragt die Drachensprache in eurem Blut und könnt sie beinahe mühelos erlernen. Aha, also kann jeder diese Drachensprache lernen. Nur Drachenblüte, Blüte, Blutathas können das total schnell und total easy going lernen. Fünf. Unser Anführer Partonax lebt allein auf dem Gipfel des Halses der Welt. Wenn eure Stimme den Weg öffnen kann, dann wisst ihr, dass ihr bereit seid, mit ihm zu sprechen. Okay. Wann kann ich Partonax euren Anführer treffen? Wie gesagt, ihr werdet wissen, dass ihr bereit seid, wenn eure Stimme den Weg zu ihm öffnen kann. Okay. Was bedeutet es, ein Drachenblut zu sein? Drachen haben die angeborene Fähigkeit, ihre Stimme zu trainieren und zu bündeln. Drachen können außerdem die Macht ihrer toten Brüder aufnehmen. Einige Sterbliche werden mit ähnlichen Fähigkeiten geboren. Seit Jahrhunderten wird darüber gestritten, ob das ein Segen oder ein Fluch ist. Was ihr in einigen wenigen Tagen gelernt habt, kostete sogar die Begabtesten von uns mehrere Jahre. Manche glauben, dass ein Drachenblut von den Göttern in Zeiten großer Not in die Welt geschickt wird. Wir sprechen darüber, wenn ihr bereit seid. Okay. Warum kehren die Drachen zurück? Hat das etwas mit mir zu tun? Zweifelsohne. Das Erscheinen eines Drachenblutes zu diesem Zeitpunkt ist kein Zufall. Euer Schicksal ist sicherlich mit der Rückkehr der Drachen verknüpft. Ihr solltet euch darauf konzentrieren, eure Stimme zu stärken. Dann wird euer Weg bald frei sein. Danke, Meister. Ich werde meine Ausbildung fortsetzen. Dann werdet ihr bereit sein für das, was noch kommt. Okay. Möge der Wind euch leiten. Ich weiß allerdings... Als Teil eurer Einführung wird Meister Einhard euch an seinem Verständnis von Roh teilhaben lassen. Was passiert? Jetzt zeigt uns, wie schnell wir euren Neuen tun, weistern könnt. Nutzt euren Schrei der unerbittliche Macht, um die Ziele zu treffen, sobald sie erscheinen. Hä? Was wo? Fliegt so z�ah! Verwendet sowohl Wuß als auch Roh. Wenn ihr sie kombiniert, wird er schrei mächtiger. Fliegt so zh! Ja, wie geht denn das? Ah! Man muss länger gedrückt halten. Gut gemacht. Wieder einmal. Wie? So far! Irgendwie hört sich das ein bisschen so an, als würde die Alte wie so eine Katze in einen Gewölle hochwürgen. Voll gut. Und nochmal. Ihr lernt schnell, wie gewohnt. Ja, geschafft, ne? Danke, danke, danke. Eure nächste Prüfung findet im Hof statt. Folgt Meister Bori. Jetzt kann ich den ja auch endlich mal vernünftig einsetzen, den Schreif. Ich fand den immer voll unnötig. Hab den immer voll nicht benutzt. Vielleicht wird der ja jetzt mal richtig cool. Mal sehen, was meine nächste Aufgabe wird. Jetzt werden wir sehen, wie ihr einen völlig neuen Schrei lernt. Meister Bori wird euch Wuhlt beibringen. Das bedeutet Wirbelwind. Wuhlt. Das klingt voll cool, diese Sprache. Ihr müsst das Wort tief in euch selbst hören, bevor ihr es zum Tun bündeln könnt. Geht zu Meister Bori. Er wird sein Lissen überholt. Okay. Jetzt werden wir sehen, wie schnell ihr einen neuen Schrei meistern könnt. Moment, Moment, Moment. Ich muss das doch erst zu den Favoriten hinzufügen. Ähm. Ja, ja, weiß ich doch. Der Wolfgar wird euch den Wirbel. Mhm. Doch, dann mach mal. Bex. Alter. Stellt euch neben mich. Mich verarschen. Meister Bori wird das Tor. Durchquert es mit eurem Wirbel den Sprint, bevor es sich wieder schließt. Ähm. Lol. Nochmal. Nochmal. Kommt, Drachenblut. Oh. Geht zu Meister Bori. Wie cool. Ich kann durch das Tor einfach durchlaufen, oder was? Oh. Sollte mich veralbern. Ach so. Okay. Äh, nein. Nicht Waffen ziehen. Quatsch. Nochmal. Ah, ja. Jetzt haben wir's. Nochmal. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Bleibt bei mir und bereitet eure Wirbel den Sprint. Bex. Meister Bori. Bex. Ja, Bex trinke ich auch gerne. So. So. Fertig. Zum Schluss wollte ich nur noch mal sagen, dass diese Sprache wirklich bemerkenswert unmenschlich klingt. Halt wirklich nicht, als würde sie einer menschlichen Kehle entspringen. Und da es ja die Sprache der Drachen ist, finde ich das auf jeden Fall sehr passend. Und es erklärt, warum die meisten wirklich Jahre brauchen, um diese Sprache zu erlernen. Wahrscheinlich scheitert's vor allem an der Aussprache. So, das war dann jetzt noch das Wort zum Sonntag, äh, zum Schluss. Und ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.